Jololo und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia Side of Time Was? Ah, mein Scheid ist so schwach, meint er euch auch. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, und deswegen werde ich mich diesmal eher ausrichten, in die Richtung hochklettern, um was zu machen. Und ich sag's mal jetzt vorab. Ich hab das hier schon alles aufgenommen gehabt mal. Drei Parts insgesamt aufgenommen gehabt, ist ebenfalls in der Aufnahmesession mit Assassin's Creed gewesen, wo dann halt drei verkackten Parts dabei sind, die nicht erwähnungswerten Parts. So. In denen halt einfach das Mikrofon zu leise war, oder man könnte es fast sagen ganz auswachen, weil man mich wirklich gar nicht mehr gehört hat. Und dieses gar nicht mehr hören hat mir so gar nicht gefallen, also da ist erstmal gar nichts genommen. Wie trinkt man denn nochmal? Okay, so tut man auf jeden Fall die Zeit nur benutzen. Ah. Schlecht. Schlecht. Ähm. Diese Wand müssen wir ebenfalls mal gleich kaputt hauen. Aber erst wenn wir das bessere Schwert haben. Mit dem habe ich die Stärke Rustanz. Äh. Oder wie immer er heißt. Na egal. Da hoch. Und eigentlich wiederholen sich diese Kletterpassagen sehr. Ja. Die sind ähnlich, aber irgendwie doch immer anders. Wie man sieht, wir müssen jetzt schon wieder an den Balken ran. Und das. Und wieder mal das provisorische, ähm, Spring von Balken 1 zu Balken 2. In Forgotten Sands, der Teil ja hier nachkommt, den ich ja dann auch spielen werde nach dem Teil hier. Ähm. Kommt, ähm, ist es mit dem von Stange zu Stange echt genial gemacht. Aber das werden wir ja schon sehen, wenn es dann so weit ist. So, ich frage mich auf, wie es hin und wieder mal spontane Lags gibt. Und irgendwie hat die Kamera invertiert. Na, leben wir damit. Gut. Man kann ja immer mit perfekter Steuerung, die einem jeden gefällt, ähm, spielen. Man muss halt hin und wieder auch mal einbußen. Oder es ist bei Absicht, dass ich hier nur so arbeiten kann. Was ich schade finde, ich kann jetzt nicht hier durchgehen. Bleib dort! Wir müssen wieder in den total tollen, ähm, Bäder-Verbindungsraum, wie ich ihn mal nenne. Wauw! Und da, 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 da. Schlecht. Und an, an, an hier, kommt! Und, und, und. Oh, das ist nicht der hier ernst. Und... Nein! Ah ja, das ist bei dem dritten Part, der schiefgelaufen ist, mir sehr zum Verhängnis geworden, dass ich diese Walljumps plötzlich nicht mehr geschafft habe. Und... Ähm, ja. Dass die Kameramann hier nicht bewegen kann, nervt mich auch ein bisschen. So, und der Felsblock ist jetzt hier und den müssen wir jetzt mal ganz schüttlich von A. Ich trinke mal kurz ein bisschen Wasser. Mit dem Interaktionsknopf mal A. Ist euch da schon mal aufgefallen, dass es in sehr vielen Spielern wie immer ein Allzweck-Laser-Kuchen-Kern-Senk-Knopf gibt? Also ein Knopf, der wirklich für alles nutzbar ist. Also, weil ich zum Leuten ansprechen drücke A, zum Angreifen drücke sie A. Mal kurz zum Speichern, wenn wir das nicht nochmal machen müssen. Dann könnt ihr nicht sehen, was ich alles gemacht habe. Wie wir sehen, eine zerbrochene Brücke ist 50%. Das ist eigentlich alles bei Parts erreicht, Eisenglox. Oh! Das Spiel ist eigentlich gar immer so lang, wie man eigentlich denkt. Boah. So, hier haben wir Punkt 1. Oh, warte. Da ist der IP schon im Moment zugesehen. Hahaha. Nun ja, das hier ist einfach nur... Klettern sie von Punkt A zu Punkt B, um zu Punkt C zu kommen. Was bei mir bei der Aufnahmesession lang gedauert hat. Ich glaube... Nee! Genau das ist passiert, weil ich... Was ist so blöd? Oh. Aber naja. Los, Prinz! Du schaffst das! Und ich war's runter. Diese, es bricht runter, Sachen werden noch häufiger kommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Vor allem ab der zerbrochene Brücke. Aber dieses 3 Parts verloren gehen hat natürlich den Vorteil, dass es schon sehr viel weiß ist. Weil da kamen sehr viele Rätsel. Aber naja. Aber naja. Ah, ich lohnt. Also. Das hab ich immer noch. So, und da haben wir wieder die Dominas. Yay! Die... Tugel am Boden. Die Dominas und ihre Sklavens. Aber wirklich. Was haben sich die Entwickler bei diesen Kicklern gedacht? Ich meshe und meshe und meshe und... BAM BAM! Zusammen und... ...dass es genau war. Wenn man versucht, irgendwie was zu kommentieren ist, einfach zu kommentieren, das ist eigentlich... ...gallt mal so einfach. Und manche Leute denken, manche Leute denken, ja, das ist einfach nur... ...de Rezeption und blablabla. Ja, das war einfach auch. Fuck. Egal. Und da drüber. Hüpfen und raus. Insgesamt sind die Kämpfe schon einfach. Aber ich denke mal, welchen Kicklern kommen. Ist das aber so, es kommen später noch Gern-Zu. Die sind so scheiße, ey. Bei denen kann ich einfach nicht überlaufen. Dann muss man nicht den anderen Trick nutzen. Und zwar den... Und zwar den... Den einen, den ich da jetzt verscheinert habe, den werde ich jetzt einfach mal... ...ausklingen lassen, um ihn dann aufzusaugen. Den haue ich jetzt einfach so. Wo bin ich dann aufzusaugen? Und das sind wir jetzt zwei Gitarre. Bäm. Und saug aus. Um SS-Kreed mal rein zu bringen. Also... Mal gucken auf die Uhr. Na, noch zehn Minuten. Dann schauen wir uns mal die Vision des Hutus an. Ich sollte in solchen Sequenzen eigentlich umwas Ekelös sagen, so wie... Was sollen uns diese ganzen... Was sollen uns diese Sequenzen sagen? Sollte uns zeigen... Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier. Sollte ich mal mal Text aufschreiben und jetzt dann um was sagen. Kommt doch vielleicht. Wer weiß. Egal, wir sind jetzt ja hier gerade. Prince of Persia. So, wir haben es ja einzig gesehen, was wir jetzt machen müssen. Da haben wir uns das Spiel immer wieder einzig gespoilert. Eigentlich... ...braucht man bei diesem Spiel... ...keine Leute, die einen spoilern wollen. Das Spiel spoilert schon alleine selbst. Ich glaube, ich sehe das Glühen, von dem ihr sprach. Seid voll. Also... 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 Eigentlich ist er am ehesten rausbrechen von allem in dem ganzen Turm. Und einen Part das Schwert geholt. Und dieses Schwert kennen wir sogar als Warrior Within am Anfang, weil ich da mal so eine Sequenz habe, konnte man ein gutes Schwert sehen. So, mit diesem neuen Schwert, dass er sehr geil aussieht. Eins meiner Lieblingsschwerte, aber nicht so geil wie das nächste Schwert. Ich hasse das nächste Schwert. Oh, ne Wand! Oh. Es wäre jetzt irgendwie gleich besser gewesen, wenn ich jetzt hier so... Oh, ne Wand! Oh, ne Wand! Oh, ne Wand! Oh, ne Wand wurde ich kaputt. Oh. Ähm. Aber Moment, warte mal kurz. Egal! Komm, wo sind jetzt beide tollen, schönen 27 Jungfrauen? Oder waren es 28? Ach, nehmen wir lieber 42. Ähm. Ähm. Oh, ne Wand! Oh, ne Wand! Äh! Äh! Aber... ...war da nicht noch irgendwas? Äh! Egal! Oh, ne Wand! Ihr besitzt die Kraft von Rostam. Ja, ja, ja. Da drüben war doch auch so ne Wand. Oh, ne Wand. Oh, ne Wand. Kein Vergleich zu eurem alten Schwert. Tötschweib. Wo sind wir? Man sagt, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde. Aber ich hielt das für eine Legende. Ja. Rein zu viel auf den Ruinen eines Anderen. Nee. Sieht eher nach Katakomben aus. Katakomben-Ruinen-Höhlen. So. Ich sag mal so. Das hier sieht sehr aus optischen Täuschung aus. Man könnte echt jetzt meinen, wenn ich hier runter bin, könnte ich einfach springen. Ist nicht so. Man muss diesen Fettblock hier nehmen. Danke, dass du wegflusschießt. Ich geh schon. Boah, könntest du bitte mal da lang gehen, Vibe? Boah, ich hasse NPCs. Die sind immer so generisch und NPC-mäßig. Ich habe mich nicht mehr so generisch. Ich mache es in diese Sprünge, wo man zu 100% schaden muss. Irgendwie sehr viele Stellen. Genau hier wäre dieses Zerbröckeln eigentlich das Realistische. Das wäre realistisch, wenn es hier was zerbröckeln würde, weil es alt ist. Da, wo alles neu ist, ist es halbwegs neu natürlich. Wir wissen ja nicht, wie alt dieser Palast schon insgesamt ist. Aber eindeutig, dieser Palast ist ja alt. Also wirklich alt, 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 alt. Hier bin ich! Hi. Ich bleibe da. Ich komme zu euch runter. Hier muss man sich umgucken. Tod. Weit umgucken eben. Aber nun ja. Da seid ihr ja. Hi. Und irgendwas hier versteckt. Nope. Oh! Käfer! Vorsicht! Boah, das sind die einfach ein bisschen Gegner. Ich stelle hier da und einfach nur anmischen. Wenn die einen verletzen, machen wir fast kein Schaden mehr. Au! Da lebt man doch da oben. Fast kein Leben verloren. Ich hatte schon Feuerleben verloren wegen dem Sturz. Solche Stellen hasse ich aus, habe ich schon gesagt, wo man drunter fällt und unbedingt Schaden nehmen muss. Da, ein Spalt! So, mach hin, äh. Wir kommen nämlich echt nicht weiter. Hier bin ich! Ich seh's. Bleibt auf dem Schalter! Wenn ich den Fieber und den Teuch nicht bräuchte, dann würde es jetzt genau jetzt vom Schalter runtergehen. Dass sie vor mir... Okay, das war irgendwie... Bei der anderen Aufnahme ist das genauso, dass ich da einfach nichts machen konnte. Weil es irgendwie sequent ist. Da vorne sehen wir schon, jetzt wird's fies. Jetzt kommen nämlich die bösen Gegner. Die bösen Gegner, die... Den Überlaufschutz haben. Der Überlaufschutz dieses Jahr tausend sind. Die Überlaufschutz-Typen sind ganz einfach, aber noch irgendwie einfach. Au! Jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal neu anfangen. Bitte töten mich. Danke. Dann lass ich mir den Tod-Counter hochgehen. Dann tut er es nochmal neu machen, weil... Nein, nein, nein. Das ist auch nicht passiert. Nochmal von vorn. Wir fangen hier wieder an mit halbwegs vollem Nehmen. Ich hätte nicht viel zu viel verloren gehabt. Das mag ich nicht. Au! Ja, genau das meine ich. Boah, ey, der tickt auf. Ich hasse die blauen Gegner. Blaue Gegner sind sowas, die assig spüßen gegen Blasch. Die assig spüßen gegen Blasch, die blauen, ey. Immer, die blauen sind... Scheiße, echt nervig. Aber wir hören es. Ja, das sind die Dün-Dün. Wir müssen leider aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.